Yo und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal in einer weiteren Folge Let's Test. Es ist wieder Donnerstag und ich habe mir wieder unter der Fülle von Demos wieder was rausgesucht. Diesmal ist mein Blick auf das Spiel Pools gefallen. Es ist seit 26.04. schon draußen. Und zählt sich selbst als ein experimentelles, ruhiges Horror- und Erkundungsspiel, jedoch ohne Interface und ohne Gegner. Das wird alles nur mit Sounds und visuell dargestellt. Und wir rennen dann da drinnen quasi rum und es kann sein, dass es Angst vor Verlaufen, vor der Dunkelheit oder vor engen Ohren hervorruft. Na gut, ich würde mal sagen, let's test, oder? Erkundungsspiel Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja stimmt man kann ja nicht springen man kann wirklich nur rumlaufen also man kann gehen und man kann springen mehr kann man nicht ja 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 auch für jemanden wie mich der normalerweise alles gern erkundet jeden gang und so weiter da ja da ist das schon irgendwie ein leichter horror her hier gibt es einen ausgang scheinbar ja ja hier 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 ich hier 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 So, so, so. Wow, ok. Ah, du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah, da hat es mich kurz rausgekickt. Mal spielen. Ist noch eine Vorschau auf das, was da dann noch kommt, ok. Mhm. Ja dann, glaube ich passt das auch hier schon mit der Testversion. Man bekommt ja einen Teaser auf die anderen 5 Level, die man dann noch spielen kann. Das Spiel kostet original nicht ganz 10 Euro. So etwas ist wahrscheinlich besser zu holen in einer Aktion. Ja, hat auf jeden Fall kurzfristig doch ein bisschen Spaß gebracht, ein bisschen hier rumzuschauen. Auch wenn es jetzt nicht sonderlich lange dauert hat. Mal abgesehen davon, wollte ich mal immer schon so eine Art von Spiel ausprobieren. Wie dem auch sei. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Ein Abo wäre natürlich wunderbar. Und in diesem Sinne, zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, let's test. Ciao, ciao.